Entscheidend war dieser Schritt in Richtung Europameisterschaft. Ich denke, wir haben jetzt aus drei Spielen neun Punkte. Das ist unser Ziel gewesen. Und ja, was? Ich rede gerade einen zweiten Satz. Kaum trifft er, schon hebt er wieder einen Punkt. Wir lassen Sie noch aussprechen. Wo war ich gerade? Es ging darum, dass Sie jetzt Gruppen in der Gruppe führen und wie wichtig dieser Schritt ist.